Heute klappt das sehr gut. In Reihe und Glied laufen sie alle nach oben zum Melkstand. Perfekt. Da wartet noch ein Käppchen auf die Mama und dann geht das weiter. Man sieht wie die ersten schon reinkrabbeln in den Melkstand. Ganz von alleine. Sie wissen genau was sie tun sollen. Da haben wir Waldo, unser letztgeborenes. Das wartet neben Mama, bis Mama auch reingegangen ist. Aber nun ist der Stand voll. Wenn die nächsten raus sind, können die nächsten rein. Waldo, guck guck. Na Süße? Ist ein ganz feiner, ne? Ja, ganz fein.